Nächster ist Christoph Innohofer aus Bruneck. Nächster ist Christoph Innohofer aus Bruneck. Nächster sind die Bedingungen zumindest einmal für die Mehrheit der Beteiligten hier äußerst fair. Ganz ruhig, ganz an der Fahrweise, sehr solide. Christoph Innohofer, so eine Art Aufsteiger des vergangenen Jahres als er, wer wüsste das schon noch, nicht weniger als drei Stars bei der Weltmeisterschaft in Orat. Auch hier zu einem Platz unter den Top Ten unterwegs, jawoll, siebter. Christoph Innohofer schneller als Peter Finn. Das war mal so ein Super-G, den er gebraucht hat. Schon mal unter in einer Abfahrt gewesen in diesem Winter. Und unten Baudi Miller bei Marco Büchel als einer der ersten Gratulanten. Und unten Baudi Miller bei Marco Büchel als einer der ersten Gratulanten. Und unten Baudi Miller bei Marco Büchel als einer der ersten Gratulanten.